Hi, hier ist Franz für taptec.de und das ist unser Unboxing der Samsung Gear Fit. Die haben wir direkt zum Galaxy S5 mit dazu bekommen. Passt natürlich auch ganz gut zusammen, wurden ja auf dem Mobile World Congress auch zusammen vorgestellt. Das ist im Prinzip ein sehr interessantes Fitnessanband mit einem gebogenen Display, auf das wir uns eigentlich schon ziemlich gefreut haben. Wir beginnen direkt mit dem Unboxing. Die Verpackung ist eigentlich genauso wie alle Samsung Verpackungen momentan gehalten. Dafür etwas kleiner, aber wir haben wieder diesen Fake Holz Look. Das ist natürlich kein echtes Holz. Hier die Seite und hier haben wir die Rückseite. Da stehen dann noch ein paar technische Daten drauf. Aber ja, die werden wir im Laufe des Videos eh noch durchgehen. Wir machen das Ganze gleich mal auf. Siegel haben wir schon durchgeschnitten und schauen, was sich hier alles drin befindet. Wir machen einmal diese Klappe auf. Da haben wir zum ersten einmal die Samsung Gear Fit an sich. Die legen wir hier zur Seite. Mit dazu gibt es natürlich auch wieder ein Ladekabel. Das ist schon direkt mit einem Micro-USB-Anschluss, wie ihr es hier sehen könnt. Zusammen kann man damit das Gerät dann also aufladen. Ist relativ cool. Hat eine Spannung von 0,7 Ampere. Einen Output von 0,7 Ampere. Sollte also bei dem kleinen Akku, den wir hier haben, auch relativ schnell gehen. Übrigens in schwarz gehalten, obwohl wir ein schwarzes Gerät haben. Das ist ja bei Samsung nicht immer so üblich. Und hier ist dann auch die Ladevorrichtung, mit der die Gear Fit aufgeladen wird. Die passt dann hier perfekt zu diesen drei Kontakten auf der Unterseite. Nicht drei Kontakten. Zu diesen Kontakten hier auf der Unterseite. Das Ganze klippt man dann hier einfach so zusammen. Und dann haben wir hier auf der Seite einen Micro-USB-Anschluss. Und damit kann das Ganze dann eben aufgeladen werden. Wir schauen uns an, was sich sonst noch hier alles drin befindet. Es ist gar nicht mehr viel. Ihr seht es, es ist schon leer. Wir bekommen nur noch etwas Papiergramm zum Lesen. Zum Thema Garantie ein kleines Quick-Start-Guide. Und natürlich ein paar Informationen zur Sicherheit. Aber das lesen sich eh die wenigsten durch. Das war es so vom Lieferumfang der Samsung Gear Fit. Zur Samsung Gear Fit an sich gibt es dann eigentlich nicht mehr wirklich viel zu erzählen. Wie gesagt, wir haben hier auf der Vorderseite ein AMOLED-Display. Das hat eine Diagonale von 1,84 Zoll und löst mit 432 x 128 Pixeln auf. Also etwas ungewöhnlich. Aber das ergibt immer noch eine relativ ordentliche Pixeldichte von 244 Pixel per Inch. Entschuldigt bitte. Und das Ganze ist natürlich hier curved. Ich denke, das kann man jetzt ganz gut sehen. Das macht natürlich auch wieder einiges her. Sieht definitiv sehr cool aus, gerade für ein solches Fitness-Gadget. Ansonsten haben wir hier an der Seite auch noch einen Power-Button. Über den funktioniert eigentlich alles. Und hier natürlich einen Touchscreen, den wir ganz einfach bedienen können. Darauf wollen wir jetzt aber gar nicht zu sehr detailliert eingehen. Und ihr seht auch so hier von der Seite vom Profil ist das Ganze gar nicht mal so dick, sondern relativ dünn. Fügt sich auch ganz gut der Hand an. Das Armband ist aus Kunststoff. Kann ausgetauscht werden. Dafür gibt es dann verschiedene Farben. Das ist relativ cool, wenn ihr sagt, das Schwarz ist mir zum Beispiel etwas zu öde. An der Seite ist das Ganze dann etwas rau. Hier sehen wir auch Gear Fit stehen. Fühlt sich auf den ersten Blick etwas komisch an. Wenn man es dann aber zum ersten Mal an der Hand hat, ist es wirklich ziemlich cool. Und gefällt uns so vom Ersteindruck her eigentlich richtig gut. Das Ganze ist natürlich auch wieder grüßenverstellbar. Sprich, ihr habt viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Das sollte eigentlich auf jede Hand oder auf jeden Arm draufpassen. Ansonsten dann, wie gesagt, wenn man das Ganze mal so sich um die Hand legt, fühlt es sich eigentlich relativ gut an. Wir müssen das Ganze jetzt natürlich auch erstmal noch testen. Und es gibt natürlich auch einige Features, die dieses Fitness Armband so hat. Ein paar wollen wir euch mal durchgehen. Wir haben natürlich Bluetooth 4.0. Damit könnt ihr euch dann mit kompatiblen Geräten verbinden. Das sind leider alles nur Samsung-Geräte. Sie ist natürlich auch IPS 67 zertifiziert. Sprich, gegen Staub und Wasser geschützt ist natürlich sehr, sehr wichtig bei einem solchen Fitness Gadget. Außerdem haben wir einen 210 mAh starken Akku. Damit sollte eine Laufzeit von drei bis vier Tagen drin sein. Das gibt Samsung zumindest an. Können wir uns auch relativ gut vorstellen hier. Wie gesagt, das Ganze ist auch größenverstellbar. Wir haben hier wieder einen Herzfrequenzmesser auf der Rückseite. Ähnlich wie wir das vom Samsung Galaxy S5 können. Und damit könnt ihr dann natürlich euren Puls messen. Wir haben einen Schrittseller. Wir können natürlich Benachrichtigungen vom Smartphone, mit dem wir verbunden sind, empfangen. Und so weiter und so fort. Das war es eigentlich auch schon wieder vom Unboxing der Samsung Gear Fit. Wir wollen euch da jetzt gar nicht zu sehr mit irgendwelchen technischen Daten nerven. Denn wie gesagt, das Gadget hier ist nicht so mächtig wie zum Beispiel die Samsung Gear 2. Dafür ist es aber deutlich kompakter. Und unserer Meinung nach sieht es auch deutlich besser aus und ist deutlich interessanter. Das war es vom Unboxing. Mehr dann natürlich im Review zur Samsung Gear Fit. Wir sagen schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.